Am Mittwoch der Crash beim Meta, gestern der Crash bei der Amazon-Aktie, jeweils nach Vorlage der Zahlen. Was ist da los? Nun ja, wir erleben, dass jetzt die wirtschaftlichen Realitäten im Aktienmarkt mehr und mehr eingepreist werden, anhand der Zahlen der Unternehmen, die generell vorsichtiger werden, die sagen, da kommt was. Das Umfeld wird viel, viel schwieriger und wir erleben auch, dass eine veränderte Geldpolitik eingepreist werden muss. Vorher haben die Notenbanken Geld gedruckt ohne Ende. Jetzt entziehen sie Liquidität und das merken auch die Unternehmen. Denn diese Rekordprofite der Unternehmen, die jetzt nochmal durch die Inflation aufgeblasen werden, vor allem die Umsätze, die waren ja nur möglich aufgrund dieser massiven Liquidität, die die Notenbanken, vor allem die FED, in die Märkte gekippt hat. Das wird sich jetzt ändern. Jetzt sehen wir eine Art Ausbomben vieler Tech-Werte. Aber, meine Damen und Herren, ich hoffe im Urin, dass da was kommt, dass die US-Notenbank FED bald deutlich, deutlich weniger hawkisch wird. Wer denn muss, weil der Druck aus der Politik immer größer wird, der sagt, erstens, du zerschießt uns die US-Wirtschaft und zweitens, wie wollen wir denn das alles bezahlen, wenn ihr die Zinsen so weit hoch hebt, unsere Schulden sind gigantisch hoch, das kostet uns so viel Geld, das könnt ihr nicht machen. Daher der Druck der Politik auf die FED und die FED wird reagieren und sie wird ein Argument bringen, das ich Ihnen gleich zeigen werde. Zunächst mal wollen wir uns das Desaster anschauen bei die Amazon. Die Zahlen waren ja eigentlich ganz okay. Earnings per Share sogar besser als erwartet. Okay, Revenue, Umsatz also ein bisschen kleiner. Operating Income etwas schwächer. Und so weiter und so fort. Also eigentlich alles nicht so wirklich ein Drama, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber der Ausblick war eben relativ mies. Wir sehen, dass die Aktie dann teilweise 20% verloren hatte. Dann am Schluss rauskam mit dem Minus 12,7%. Die schlechteste Tech Earnings Season seit Lehman. So sagte Zero Hedge durchaus mit einem Argument. Und Simon Batschinger sagt, nachbörslich haut es die Aktie runter. Die Cloud Konkurrenz ist größer geworden. Im Bereich E-Commerce machen viel mehr Markenunternehmen jetzt Direct-to-Consumer-Offensiven. Die brauchen also Amazon nicht mehr so zwingend. Ein KGV in den 20ern wäre fair. Und Amazon hat ja eine ganz andere Bewertung, nämlich viel höher, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Aber wir sehen, wie stark Aktien abgestraft werden, Tech-Unternehmen abgestraft werden, wenn irgendwie Zweifel sind, dass diese Erfolgsgeschichte so weitergeht. Und dann kam Apple. Und da war man schon nervös. Hätte Apple jetzt auch noch deutlich verfehlt, dann könnte uns möglicherweise ein schwarzer Freitag bevorgestanden haben. So können wir da vielleicht drumherum kommen. Die Quartalszahlen waren nicht richtig prickelnd. Umsatz war besser. Earnings per Share 1,29 erwartet offiziell 1,26, aber Flusterschätzung 1,31. Also eigentlich auch eine leichte Enttäuschung, was den Gewinn pro Aktie betrifft. Enttäuschung auch iPhone, Revenue und vor allem die Service-Sparte war relativ schwach. Andererseits hat Apple eben dann in der Summe mehr Umsatz gemacht. Und jedenfalls sahen wir, dass zunächst mal die Aktie, unanheitlich reagiert, dass er dann minus 5% gefallen ist, um sich dann zu erholen und nur ganz leicht im Minus gewesen zu sein. Aber eins ist eben auch bei Apple auffällig. Apple hat jetzt in diesem Quartal, über das man berichtet hat, 24 Milliarden Cashflow gehabt und 25 Milliarden investiert, um die eigenen Aktien zurückzukaufen. Und wir sehen, wie stark eben diese Cashreserven jetzt runtergehen bei Apple, weil man immer mehr eigene Aktien gekauft hat. Nach meiner Auffassung kein gutes Zeichen, auch in Sachen Zukunftsfähigkeit. Aber schauen wir uns mal an jetzt hier. Apple in den letzten zwei Tagen 6% gefallen. Amazon knapp 10%. Microsoft 10%, Google 12,5%, Meta 30%, aber der S&P 500 respektive der Spider nur 1,9%. Da ist ein gewisser Widerspruch zu erkennen. Wir sehen hier dieses Hochhaus, das zu kippen droht. Aber Apple hat gewisse Stützpfeiler-Qualitäten. Und schauen wir uns jetzt mal an, hier oben in der Grafik. Sehen Sie mal das Verhältnis zwischen dem Nasdaq, der nach Marktkapitalisierung praktisch berechnet wird, auf der einen Seite, und dem Equal Weight Nasdaq, also wo jede Aktie gleichgewichtet ist. Und wir sehen, hier sieht man, wie stark jetzt diese ehemaligen superdominanten Player jetzt in Relation verloren haben. Denn die anderen Aktien jenseits dieser großen Tech-Unternehmen, die haben sich deutlich besser gehalten. Jetzt sehen wir etwa die Market Cap, also die Marktkapitalisierung bei den FAANG-Aktien. Die ist jetzt genau da, wo wir kurz vor dem Corona-Crash waren. Da waren die Aktienmärkte ja auf einem Allzeithoch. Da sind wir jetzt wieder. Also eigentlich nicht viel passiert. Wir haben nur eine Übertreibung nach oben abgebaut. Und einer, der es besonders übertrieben hat, ist mein 37,2-bester Freund Jim Cramer, den viele kennen von CNBC, der so einen Investment-Club hat. Und als perfekter Kontraindikator gilt, zum Beispiel mit Amazon. Hat er empfohlen, kurz vor den Earnings, weil eben die Cloud so toll sei, lag er daneben. Vor allem hatte er Meta deutlich empfohlen und hat dann gestern auf CNBC wirklich so eine Mea-Culpa-Rede gehalten, hat fast geweint, muss man sagen. Ich lag falsch. Das war schon, naja, also man soll ja nicht sich über das Elend anderer freuen. Aber das war schon, wenn man Jim Cramer kennt, der im Austeilen ja auch nicht gerade zimperlich ist, doch hatte er einen gewissen Unterhaltungswert. Aber jetzt nochmal zu diesem Punkt. Wie war es möglich, dass diese Tech-Werte so aufgeblasen wurden? Es war möglich durch die Notenbanken. Jetzt sehen wir, dass der Kreditimpuls negativ wird. Das hat auch damit dann zu tun, dass die Tech-Werte eben profitiert haben von niedrigsten oder Nullzinsen. Dementsprechend wird das Ganze jetzt eben mit steigenden Zinsen für die Tech-Unternehmen, für diese FANG-Unternehmen deutlich schwieriger, wie Alf hier richtig zeigt. Wir haben einen deutlich negativen Kreditimpuls. Und dann in Sachen Tech noch. Elon Musk ist jetzt nicht nur mit einem Waschbecken da reinmarschiert bei Twitter, sondern hat auch mal eben den CEO entlassen, den CFO, also praktisch den Finanzchef, dann den General Counsel und vor allem den Censorship-Zar, eine gut aussehende Dame, wie wir hier sehen. Die alle sind raus aus der Nummer. Das heißt, Elon wird jetzt komplett die Macht übernehmen, wirklich direkt die Macht übernehmen. Und er hat jetzt schon gesagt, dass er diese Lebenszeitsperrungen bei Twitter aufheben wird. Und da freut sich einer. Das ist Seth Donald. Grundsätzlich finde ich Sperre auf Lebenszeiten nicht gerade demokratisch. Das macht man nicht. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Es gibt im Strafrecht ja immer wieder auch die Chance auf Bewährung, Verjährung etc. Diese Dinge, warum das dann bei Twitter so war, das verstehe ich nicht. Donald Trump, der zwar gesagt hat, ich werde nie wieder bei Twitter sein, aber ich zähle die Stunden, bis der irgendwie dann doch das Gegenteil tut, weil er weiß, dass damit seine Chancen deutlich besser werden. Wenn wir uns die Aktienmärkte gestern mal anschauen, dann sehen wir erstaunlicherweise Schwäche beim S&P, gleichzeitig aber auch der WIX. Sogar gefallen. Dieser Chart beim WIX ist invers. Das heißt, wir haben einen fallenden WIX gesehen. Eigentlich eine Differenz, die Bullen hoffnungsvoll stimmen kann. Auch Bittercoin zwar auch jetzt so ein bisschen abgeperlte nach der Erholung, aber das würde Riddiger Born als nicht gerade impulsiv, sondern korrektiv bezeichnen. Vorher ist Saft in der Bewegung, jetzt perlt das so ein bisschen runter. Vielleicht auch ein guter Indikator. Wir sehen, dass ja Bittercoin und der Russell 2000 kein neues Tief gemacht haben, im Gegensatz zum S&P und zum Nasdaq. Das sind positive Divergenzen, die man hier ins Feld führen kann. Heute kommen die Verbraucherpreise, PCE, Personal Consumption Expenditure. Das ist laut Aussagen der Fed die Kategorie, auf die sie am meisten achtet. Diese Personal Consumption Expenditure ist erfunden worden in den 70er Jahren, als auch eine sehr hohe Inflation war. Da sind die Notenbanker hergegangen und haben gesagt, Inflation ist ja ein bisschen hoch, lass uns doch mal die volatilen Komponenten so ein bisschen rausschmeißen. Deswegen wird das meistens ohne Nahrung und Energie berechnet. Und vor allem diese Consumption Expenditure berücksichtigt verändertes Kaufverhalten. Also wenn Rindfleisch sehr teuer wird, dann kaufen die Leute mehr Huhn. Also wird Huhn mehr gewichtet, so nach dem Motto. Ist ein bisschen schwierig, finde ich. Jedenfalls werden wir heute da die Zahlen bekommen. Letzter Monat war 6,2%. Wir sehen eigentlich auch hier, dass da die Vorjahreswerte rückläufig sind bei den CPI-Daten, also den normal berechneten Verbraucherpreisen, ist das ja schon seit drei Monaten der Fall. Dann schauen wir uns mal etwa die Containerfrachtraten an. Die sind im freien Fall, sind im Grunde da, wo sie vor Corona jetzt waren. Auch mit einziger Ausnahme Rotterdam to New York. Da muss man immer noch 7.284 Dollar bezahlen. Rotterdam nach Shanghai nur 887. Also das ist schon erstaunlich. Jedenfalls sehen wir, dass von vielen Seiten eben dieser Inflationsdruck bereits nachlässt. Auch am US-Immobilienmarkt mit dieser Sticky-Komponente mieten, wie auch Owners-Aquivalent-Rent. Das ist eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, auf der anderen Seite wird der Druck aus der Politik für die Fed immer größer. Und warum sehen wir hier, alleine in der letzten Woche hatte die Fed einen Verlust gemacht von 6,3 Milliarden Dollar. Weil je höher die Zinsen steigen, umso mehr muss die US-Notenbank jenen Banken an Zinsen bezahlen, die ihr Geld bei der Fed parken. Und jetzt hat die Fed ja Anleihen im Depot. Und die werden durch steigende Renditen und Kursverluste der Anleihen weniger wertvoll. Auch dadurch entstehen Verluste, die die Fed nicht bilanzieren muss bislang. Aber das ist sozusagen eine tickende Zeitbombe, die wir da sehen. Und dieser Verlust steigt, je mehr die Zinsen angehoben werden. Und wir hatten gestern gesehen, Heiken Luper von den Demokraten mit einem offenen Brief, nachdem Brown, der Chef des Bankenaufsichtskomitees innerhalb des Senats, sich da schon in der Richtung geäußert hat. Also die führenden Mitglieder der Regierungspartei sagen, Junge, jetzt mach mal locker. Und dafür gibt es gute Argumente, wenn man jetzt einfach mal sich die Zeitverzögerung in der Wirkung von Geldpolitik anschaut. Wir haben wahrscheinlich noch nicht mal wirklich voll drin die erste Zinsanhebung von 0,25%, die die Fed ja im März gemacht hat. Normalerweise hast du so eine Verzögerung, naja, bis zwölf Monate kann man sagen, bis das überhaupt zu wirken beginnt. Das heißt, das, was die Fed jetzt mit sehr schnellen Zinsanhebungen, mit drei Zinsanhebungen, in Folge mit 0,75%, wie es aussieht, dann nächste Woche, das muss sich erstmal durch das System robben, in gewisser Weise. Und dementsprechend, das wird auch das sein, was uns vermutlich Stern und Paul sagen wird, er wird sagen, naja, wir gucken jetzt doch mal, wir wollen mal ein bisschen mehr abwarten, wie die Wirkung unserer Zinsanhebungen sind. Das wird sozusagen dann das geldpolitische Argument in Reaktion auf den faktischen politischen Druck, der auf ihn ausgeübt wird. Und es war ja politischer Druck, der ihn zu dieser geldpolitischen Wende veranlasst hat, als Joe Biden ihm gesagt hat, Junge, zweite Amtszeit kriegst du, aber bringen wir die Inflation nach unten. Inflation muss deine oberste Priorität jetzt sein. Und dann hat Stern und Paul gesagt, ja, Mr. President, that's what I'm gonna do. Und das hat er gemacht. Und jetzt kommt sozusagen das Signal aus der Politik, so, du kannst jetzt mal ein bisschen lockerer lassen. Und hier sehen wir, das Federal Budget Deficit wird immer größer. Wahrscheinlich geht es nicht so großartig um die Arbeitslosigkeit. Die wird auch steigen, wenn die Fed so weitermacht. Aber wir werden alleine schon jetzt wohl so um und bei eine Billion Dollar sein pro Jahr, die praktisch nur für Zinszahlungen draufgehen. Das ist auf Dauer nicht zu leisten. Und das werden die Politiker dem Schiromi mal zugeflüstert haben. Dementsprechend ist zu erwarten, aus meiner Sicht. Nicht nur wegen den Zwischenwahlen, sondern weil eben die Logik so überragend ist, dass Schirren und Paul jetzt ein bisschen den Fuß vom Bremspedal nimmt. Und daraufhin deuten auch etwa die Entwicklungen am Anleihemarkt. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite in den USA. Bonds saying, Fed is about done. Die Fed ist kurz davor, Schluss zu machen mit den Zinsanhebungen. Hier sehen wir, dass wir aus diesem steilen Aufwärtstrendkanal rausgefallen sind. Oben im RSE eine Divergenz haben, die sich gewaschen hat. Da könnte also einiges nach unten kommen bei der Renditen. Und das waren ja die Renditen, die stehen waren. Und der Dollar, der steige stehen war. Was das ganze Chaos am Markt ja verursacht hatte, das war also der große Schmerz. Aber der Abverkauf, der totale Panik-Sell-Off am Anleihemarkt dürfte vorbei sein. Der Dollar dürfte möglicherweise sein, hoch gesehen haben. Damit also die zwei Belastungsfaktoren schlechthin eigentlich schon weg. Wir müssen jetzt sozusagen diese Brücke noch bauen zwischen Earnings und vor allem schlechten Ausblicken von Tech-Unternehmen. Abverkauf der Aktien. Auf der anderen Seite am Horizont schon wieder die Sonne scheinen. Zumindest was die Geldpolitik betrifft. So diese leichte schizophrene Lage derzeit. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der hat den 200er DMA gehalten. Wichtig, das ist eine ganz wichtige Trendlinie. Oder ein gleitender Durchschnitt. Da wo dieser Pfeil hierhin zeigt, der Chart von Ron Walker. Da sind wir nur im Corona-Crash mal durch, um dann aber schnell wieder drüber zu gehen. Wir sehen oben im RSI deutet sich eine positive Divergenz an. Und hier mal zwei Szenarien von Ron Walker wieder. Ein Bullisches. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter vielleicht. Oder könnten jetzt sobald erstmal am Boden gefunden haben, dann kleine Aufwärtsbewegung nochmal nach unten. Und zack, dann nach oben durch. Bullisches Szenario. Aber es gibt, man muss immer ja auch beide Seiten sehen, auch ein negatives Szenario. Und dass wir praktisch jetzt hier Elite-mäßig in der Zweier-Welle waren, die abgeschlossen haben. Und jetzt erstmal eine knackige Dreier nach unten sehen. Drei und Fünf sind meistens die impulsivsten Wellen, um dieser mal so zu formulieren. Wir sehen auch hier, dass wir den Fünfer EMA genau angelaufen haben. Jetzt mit dieser Bewegung hier im S&P 500. Und die Monatskerze für den Oktober ist sogar noch positiv. Man glaubt es kaum. Und fühlt sich nicht so an, ist aber so. Schauen wir mal, ob jetzt der Monat so abgeschlossen werden kann. Montag ist hier in Norddeutschland der Feiertag. In Süddeutschland nicht. Und in den USA schon gar nichts. Also da wird nochmal gehandelt. Aber wir sind punktgenau da dran gelaufen. 3,874, mehr war nicht drin. Seitdem ging es nach unten. Da müssen wir drüber. Und wir müssen eben einerseits über das Augusthoch drüber. Dann hätten wir praktisch die Bestätigung, wenn wir dann noch über die 200-Tageslinie kommen, dass das nur eine Korrektur war. Dass wir noch nicht wirklich komplett in einer langfristigen Bärenmarktsituation sind. Kurzfristig ganz klar. Alles was 20% unterschreitet an Minus ist Bärenmarkt. Aber hier nochmal das, was ich Ihnen eingezeichnet habe. Diese Unterstützungszone hier im Nasdaq 100, so um die Zone 11.000, 10,9. Das ist das, was angelaufen wurde gestern mit den Zahlen von Amazon. Mal gucken, ob wir uns da nochmal befreien können. Das wäre das Szenario eines höheren Tiefs. Gutes Szenario, wenn es so kommt. Wenn wir das Tief nochmal unterschreiten, verschlechtern sich die Chancen. Wie gesagt, wir müssen hier dann, müssen die Bullen auch zeigen, dass sie es ernst meinen, der Chart by the way von Capital.com. Dass man eben relevante Schreckensszenarien praktisch auch charttechnisch widerlegt. Hier sehen wir eine potenzielle inverse Schulterkopf-Schulterformation, die aber erst dann wirklich aktiviert wird. Hier im Nasdaq Composite, wenn wir eben über diese beiden Hochs, die wir da gesehen haben, drüber rausgehen. Dann wäre das aktiviert, fallen wir unter die Schultern deutlich, wäre das deaktiviert. Also be open-minded in both directions, würde jetzt der Südfranzösisch sagen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Tech-Werte in China an. Da hat es auch wieder ganz schön gehumpelt nach Amazon. Ist ja so eine Frage, ist natürlich ein immenses Risiko. Wer weiß, ob das so enden kann wie mit russischen Aktien, mit chinesischen Aktien. Aber natürlich sind viele Tech-Werte sehr, sehr günstig bewertet. Eine Ali-Bubble und so weiter und so fort. Jedenfalls knallt es da wieder kräftig in China nach der deutlichen staatlich gelenkten Erholung der letzten zwei Tage. Jetzt hier nochmal ein Satz zu Deutschland. Wir haben vorhin gesehen, die Verbraucherpreise aus Nordrhein-Westfalen zum Vorjahresmonat 11%. lässt nichts Gutes ahnen. Das wäre die höchste Elfation seit den 1950er Jahren. Und heute kommen ja die Verbraucherpreise 14 Uhr. Erste 1 in den Bundesländern. Letzten Monat gab es nach der Veröffentlichung von Nordrhein-Westfalen einen richtigen Abverkauf. Das einzige Mal, dass Nordrhein-Westfalen wirklich für die Weltfinanzmärkte wirklich wichtig war. Aber hier nochmal ein Tweet. Kauf ein Bier für den Preis von zwei und du kriegst garantiert das zweite Bier umsonst. Und das ist ungefähr so das, was derzeit mit der deutschen Finanzpolitik passiert. Erst verteuert man Energie künstlich, weil man es will. Weil man sagt, ja, fossile Energieträger sind böse, die müssen teurer werden. Dann kriegst du die Inflation auch natürlich durch Putins Invasion. Und jetzt steckst du es den Leuten zur anderen Hosentasche wieder rein. Das ist ungefähr das, was derzeit passiert. Heute bekommen wir einmal mehr die Quittung. Und jetzt ein Hinweis, meine Damen und Herren, ich hatte diesen Artikel schon mal empfohlen. Aber er enthält, und der Wolfgang Müller, der Autor dieses Artikels, ist immer wieder traurig darüber, dass das so wenig wahrgenommen wird. Er hält so viel Substanz und Dinge, die wirklich über das tägliche Rauschen hinausgehen, dass sie sich das unbedingt anschauen sollten. Das hat, oder Wolfgang Müller hat schon im letzten Jahr gesagt, diese Tech-Dominanz, die kann und wird nicht Bestand haben. Reversion to the mean. Immer wieder kehren Dinge zum Durchschnitt zurück. Und wenn etwas zu weit über dem Durchschnitt sich entfernt, dann kommt es immer wieder zurück. Deswegen will ich Ihnen diesen Artikel nochmal empfehlen. Nasdaq 100 auf den Spuren des Nikkei. Uiuiuiui, interessante Geschichte. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Sollten Sie sich unbedingt gönnen. Und dann Frage Goldpreis. Die nächsten sieben Tage entscheiden über die Richtung. Und wenn ich recht habe mit meiner Vermudung, dass der Cheromi Paul ein bisschen den Fuß vom Gaspedal, vom Bremspedal nimmt, genauer gesagt, dann könnte das auch gut für Gold werden. Zweite Artikelempfehlung. Ich empfehle mich jetzt. Ich bedanke mich für die Antworten in Sachen, sind die Videos zu lang, zu kurz oder was auch immer, überragende Resonanz. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Freitag. Heute ist Marc Geflüster etwas früher, weil ich heute Abend eine Party feiere. Servus, ciao.